So, hallo und herzlich willkommen zu Krambrus is home. Ich muss bis 2 Uhr nachts überleben. Ich weiß nur nicht, wie ich das anstellen soll, ne? Kann ich das hier? Wie geht denn das auf? Okay. Okay. Okay, ich muss irgendwie bis 2 Uhr nachts überleben. Ich weiß nur nicht, wie ich das mache, bitte. Hm, hallo? Wie geht das mit auf? Oh, warte! Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich muss 2 Uhr nachts überleben. So. Okay. 1 ist Inventar. Ich hab jetzt... Scheiße. Scheiße. Ich kann mich in keinen Schrank verstecken, oder? Ja. Scheiße. Das war's für heute. Ich muss da eigentlich irgendwie in die Küche. Ich muss lauschen. Ich werde ihn herumlaufen. Ja? Ja? Die Sau macht wieder die Türen auf. Ich muss jetzt zum Kotzen. Ja? 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 Das ist doch alles zum Haare rausreißen. Geht ja doch vorbei. Was handelieren die Sau? Oh Gott im Himmel. Bitte, ich will das überleben. Oh Gott. Bitte, bitte, lass mich das überleben. Okay, jetzt ist das Licht aus. Alles klar. Oh Gott. Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey. Eine Stunde noch. Muss doch irgendwie gehen. Bitte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 F*** dich! Nein! Lass mich in Ruhe! 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 Willam Moje! Tschüss!